Herzlich Willkommen zurück bei TTT. Wir sind hier auf einer etwas größeren Karte und zwar mit dem Cyrex, dem Athea, dem Reaper, dem bunten Hasen, dem Jojo, dem Oilmaker, der Fredis, und mir. Lacht ihr mich jetzt mal aus? Nein! Alter, hier gibt es keine Waffen auf dieser Scheißkarte! Also ich habe sehr viele gefunden. Geht aus! Was hast du mir gerade am Ende gelegt? Ey, lass mich hier wenigstens ein bisschen angucken, bevor ich getötet werde. Hm. Hm. Ich weiß doch, dass du mich gerade hier auf einem Rohrmler hast. Ich bin gerade angeschlossen von Flammen. Nein, ich glaub dir aber nicht. Du bist da, du bist der DT, da bleib ich mal bei dir. Vorsicht, Flamme. Sag einfach besser nichts dazu. Es kann nicht gut für dich ausgehen. Okay. Dann nack' ne Diegel für dich ab. Ja, nimm deine Diegel und hau ab. Ich tausche ne Diegel gegen einen Rifle. Ey, 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 ey. Fredis, ich wusste ganz genau, dass du mich umbringen wirst. Geh zurück, hier ist ne... Hier kannst du nur runterfallen. Da ist so ein Loch, da bekommst du einen Fallschrank. Was ist das? Ach, du bist schon wieder... Das ist der DT, okay. Warum bist du schon wieder hier, Reaper? Wie gesagt, Fredis, lass mich in Ruhe. Geh weg. Hau ab. Ich will mich nur umkucken. Ich tu doch gar nichts, ich bin in Ruhe. Aber da laufe ich hier nur rum. Ja, du kannst nur mit mir rumlaufen, aber bitte nicht vor mir. Obwohl nie, man muss da oben durch. Hier unten kommt man auch nicht weiter. Ah, ein bisschen Munition. Oh, ich hab ja schossen. Da unten kommst du nicht weiter, kannst ja rumgucken. Ey, Reaper schieß auf mich. Reaper schieß auf mich. Nein, ich schieß nicht. Meine Waffe ist noch komplett voll. Also du hast ne Scouten, guckst mich an und die Kamer ist an. Ich hab ne Scout. Ich hab ne Scout. Ich hab ne Scout. Ja, eben. Und neben dir steht der gute Hase. Ja, man bekommt, man bekommt Fallschaden. Oh, oh. Da kommt die Kiste angeflogen. Komm, Fredis. Gleiche Bedingung, frei runter. Schlimm, schlimm mit euch. Echt. So. Hä? Dann kommt man hier einfach wieder zum... Hä? Ach, der Reaper, immer am Schießen hier. Seh ich schon, ja. Dann ist er wieder hier unten. Das ist... Reaper! Was sind wir denn? So, funktionale Kisten zerstört. Hey! Hey! Ich hab die Kisten zerschossen da unten, ne? Dankeschön, jetzt sind wir auch die Fässer dran. Ne, die Fässer kann man nicht schießen. Hm, super. Was ist das denn hier? Fredis! Hi! Na, hier schon wieder. Also ich glaube, es ist der bunte Hase. Ja, ne, ist klar. Zweimal hinter mich zerstört. Du hast aber nicht zu mir gesagt, ich soll weitergehen. Was machst du sonst? Hey! Wieso gehst du nicht weiter? Weil ich weitergegangen bin. Wenn wir nicht weitergehen, warum solltest du weitergehen? Weil dann gehen wir gemeinsam weiter. Und wenn wir gemeinsam weitergehen, laufen wir nebeneinander. also die die in city jetzt gerade geworfen war uns aber ich bin fast runtergefahren irgendwer hat auf mich gerade geschossen ich brauch scout munition aber ich war das das hat Spaß gemacht auf der Tonne Scheiß Stimme Alter wow was ist da okay das ist mal Unterhase da hinten da Unterhase Unterhase Alter Unterhase was war das denn? alle stehen hinter dir und so viel Zeit was? und das ist mein Goldniegel? und das ist mein Goldniegel? okay gut geht es kann passieren dass ich nächste Runde fläche Anfangssekunde auf Kabel also bitte nicht töten gleich ja 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 warte zuerst ich bin doch proven was sollte ich machen warte doch kurz Reaper geh weg du bist nicht proven ich suche nur ne verdammte Munition für die Scouts ich merk grad ich hab keine Coins mehr dafür äh da hast du gerade auch noch hey Reaper warte mal boah hier sind schon wieder alle zusammen Allmaker du bist proven gell ups oh keine Coins die Stimme aus dem Jenseits sagst du bist auf dem richtigen Weg Reaper jetzt sag's mal schön auf Schweizerdeutsch wow der blöde Sack hat Munition gefunden aber nicht die die ich brauche aber nicht die die ich brauche die Stimme aus dem Jenseits lügt wer lebt wer lebt noch alles äh moa moa oh jemand kann französisch sprechen ja der wer bist du denn Fredis ja Fredis sie ist grad bei mir da und leg sie mal um so so zu Sicherheit danke freundlich ja klar jetzt schmeißt doch noch ne ich steck jetzt in dieser scheiß Garnate dabei will ich doch hier einfach nur irgendwo rumrennen ach man mhm je prend le leiche je bête le leiche FLEET was fredis 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 die hat grad Reaper gekillt fredis fredis du hast nicht mehr viel zeit ah doch sie hat noch einheiten zeige dich Fredis voll trotzdem nicht viel zeit wo ist die denn keine Ahnung ich glaub die ist irgendwo unter uns ist die auf jeden Fall nicht oben doch die war ganz oben und ist jetzt in so einer komischen höhle verschwunden wo ich jetzt allerdings nicht reingehe oder höhle ja hier gibt es eine höhle da ist es dunkel da muss ja auch langsamer Zeit wo ist denn hier eine Höhle ach da hinten dann kümmern ich auch mal Jojo wenn ich für die Traitor bin komm ich zu dir rüber ich hab keine Ahnung wie du zu mir rüberkommst Boss Traitors oh 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 ok klappt noch nein ich komme nicht weiter einfach reinschießen das Monster verschanzt sich zurück in die Ecke nein ne 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 schlumpf oder drüber anders ist schlusser stecken Unterschlupf hat sie ja hab ich dich eigentlich umgebracht die ist ein Bär wo sie sich in eine Höhle verschanzt nein nein oh haha was ist das für ne jetzt nur uns Sparowand und Pferd ok ich weiß wo die letzte Person ist jetzt es wäre jetzt schön wenn ich jetzt noch was trinken könnte aber ok lade ich erstmal Munition nach und der Date hat sich selber umgebracht das ist zu herrlich ich weiß ja wo ich stehe ich weiß ja wo ich stehe ahaha 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 also ihr seid echt solch der Vollidiot ey was krankst ihr denn da oben rum ja best T-Runde ever ich sag nur noch ich bin die ganze Zeit mit Freydis unterwegs bitte lass mich noch in Ruhe denn auf einmal sag ich nichts mehr ja vor allem ne ich hab Athea hier schön weggelotzt als er da reingehen wollte ich so ne rei ich erst mal hinterher, rennt er weg zum Glück habt ihr das alle aufgenommen ich hab's grad verpasst das kann ich mir da nochmal angucken ja ich wusste nicht an die T-Runde reinwerfen wo du raum wieder rausgekommen bist ja es ist aber schlimm ne also einfach noch selber runterfallen ja ich dachte mir so ne damit ihr auch mal ein bisschen ja das war zu gefährlich das war zu gefährlich aber Riva du warst schon tot dann krachen alle da oben rum hey was gibt es denn da oben so für besonderes gibt es aber so sonst oder was ja beruhig dich ich hab Jojo erstochen der guckt mich noch an wie ein Lämpchen ja ich hab dir nichts getan geh mal weg geh mal weg ich hab dir gesagt du sollst mich noch umgucken lassen hab ich doch ja danke bei mir steht hier bei mir steht hier haste mode overtime ich hab noch keine waffe ich hab noch keine waffe ich bin hinterm Reefa hinterm Reefa hinterm Reefa und irgendjemand wurde gerade weggenacht wow irgendjemand wurde gerade weggenacht das hört sich irgendwie komisch an wenn er vorher sagt dass du es bist der Reefa ist vor mir weiter der ist immer noch vor mir er sagt so Uah woher wenn Freitas Traitor ist dann lege ich die jetzt um ich wiss nicht woher soll ich denn das wissen ob sie Traitor ist oder nicht ja mann tötet uns doch nicht ohne Grund wer schleicht hier rum der Jojo ne Jojo hat's jetzt auf mich abgesehen also ich muss das gerade mal ausnutzen bei dir zu stehen Jaja klar sonst schickst du mich ja mal weiter boah hä was Freaks und Jojo Leute Leute nein nein der spackt nur wieder rum Jojo du lebst noch ne ja ich steh hier oben immer noch in der Ecke ja der Reaper der Reaper hat mal wieder theatralisch rumgeheult na Willst du wieder ein bisschen Freaks ist übrig ich bin Dete ja und Jojo kann bezeugen dass Reaper nicht entlang gehen also ich bin Dete ich weiß schon dass du mir nicht trafst Artea hab ich gesagt ne das Freak gesagt willst du wieder deine Tricks her schicken also haben wir ja gemeinsam ne geile Höhle ne nein nicht runterfallen oh ok die kann man nicht entlang gehen die kann man nicht entlang gehen ich tue mir was Artea also ich hab niemanden umgebracht spring runter genau spring runter das der bunte Hase das Freitas und das Re wow eine shotgun ja reaper du du wow ne reaper ist anscheinend auch schon blöd äh äh warte wo ist Reaper wo ist Reaper mein Ziel ist jetzt erstmal Reaper äh Hase warum würfst du deine inziehen ich lass mich nicht gerne verurteilen du hast mir Schaden gemacht Achtung Disco oh oh dieses Reapers haben eigentlich immer bei mir gelb unterlegt dann heißt es Trigger Happy oder so also fiesst gerne herum ich bin's nicht ich bin's nicht bitte fang jetzt nicht an bitte fang jetzt nicht an dahinten läuft noch jemand der Allmaker ist dahinten dahinten wurde jemand hinter euch weggesnipen oh ja äh da oben der in dem Gebäude war grad eine Granate da drüben reingeschmissen oder nicht der da hinten grad über die Brüche Reaper ist es deswegen sagt der auch nichts mehr Reaper ist der Hinter der ist da oben drauf endlich du hast doch grad eine Granate zum Allmaker unten reingeschmissen die Inzi ich hab ne Granate generell durch die Gegend gefeffert die liegen ja genau oh du bist angeschossen ja hier oben auf dem Dach Arthea äh von wegen ich hab ne Schotti wie soll ich dich da oben anschießt von wo schießt denn der du schießt doch grad die ganze Zeit achso ach da oben ja ich hatte ne Schotti wie soll ich dich da oben schaffen Boah Alter ich bin ja fast grad Ohlmaker 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 Geh sterben Hey Reaper Wo ist ein Jojo? Du siehst wir hab ne Schotti ich komm die grad nicht rüber ich hab dich auch schießen sehen von da oben also ich weiß dass du nicht mal so ankommen ich guck mich jetzt mal rum aber ich war ich glaub eher dass das ne Silent Sniper war ja sowas hab ich nicht Ohlmaker hat mich mit dem Dings geharrt Oh wenn ich tot bin ist das ja wie gesagt wenn ich bin stark ist das ja ich weiß ja lass mir doch meinen Frieden ey ich mach doch gar nichts ich bin ein armer mensch ich bin allein mit dir in einem Gang und was denkst du denn wenn du stört ist was dann Ich bin allein in einem Gang mit dir Wer ist im Gang ist Ich hab Angst ich hab Angst ich darf doch meine Angst zeigen Boah Also diese Kanaten Also diese Kanatenspiele hier Du hast dich jetzt schon zweimal mit dieser scheiß Dings gehauen mit dieser scheiß Tonne Und dann hab ich glaube ich mehrmals Schaden gefall gehabt Ich hab ich nicht mehrmals Schaden gehabt Also ich hatte das Gefühl Ik gez Ohja da ist jemand runtergefallen nach wer surplus runter gesprungen Das Syrex ist hier so runtergesprung rum gesprungen hier bei der der bei dem rand und jetzt ist er runtergefallen spring mal hinterher vergiss es da hinten nein das ist nicht silent doch ich hör sie ich hab den schutz du bist jetzt schon das zweite mal hier oben ja der ja der ist es sag ich doch ich bin es nicht aber ich glaube jetzt klappt mir niemand mehr nee das würde ich jetzt mal auch so sagen ist auch nur so eine grobe vermute doch Athea lebst du noch ich glaube ich hab Athea weggesniped mit meinem Skill ja das ist unrealistische Scheiß dass er Traitor ist spring mal hier runter ja gut ich hab nur noch 40 HP spring mal schlau er lebt noch alles hier ich ja ich erwarte ja weg Snipe und ah danke für die seine Sniper so ihr könnt euch umbringen wie seit die letzten beiden sind wahrscheinlich try this Rasi ist auch tot so weiter rede wenigstens wenigstens net du musst sein so 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 Ich hab gefragt, wer lebt noch alles und keiner redet einfach. Ja, dann hab ich dich umgebracht und ich wusste, dass Hase da, also irgendjemand deiner Ecke hockt. Aber ich war innocent. Sorry, ich war nicht traitor. Ich hätte dich umgebracht, weil die Munition von der Arkane nicht so schnell leer gewesen wäre. Aber Julio, was schleppst du da bitte mit dir rum? Es ist ein ganzes Waffenarsenal. Silo-Sniper, Arkane. Da, da, da. Rifle, Silo-Sniper, Diegel und Rifle. Jojo war's. Jojo war's. Also ich zähl dir mal kurz auf alles, was ich dabei hatte. Ich hatte eine Digi, eine Silen-Sniper, ein Rifle, eine AK, einmal Rüstung und ein Radar. Ich werde immer Trailer verkacken. Also ich war gut equipped eigentlich, nur die Munition hat nicht gereicht. Du musst eigentlich nicht in der Map so dunkel sein. Aber ich hätte mich ja ein bisschen in die Irre führen können. Auf mich wird angeslipert, aber der Typ, der auch geslipert. Jojo, 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 Jojo. Nur so, der Typ, der auf mich slappt, durch Fenster kann man nicht schießen. Cyrex hat gerade Jojo erschossen und ist Traitor. Ja, sag ich doch. Ja, wunderbar. Damit ist Artea safe. Der ist, der hat direkt vor meiner, vor meinen Augen hat der den erschossen. Und jetzt, jetzt hänge ich gerade. Ich auch, bei mir ist das Spiel abgestürzt. Ja, das war's. Jetzt habe ich daran gemerkt, dass man den Leichern da und gegen die Wand geklatscht ist. Naja, 20 Minuten haben wir vollgekriegt. Immer gegen die Wand. Klatsch, 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 klatsch. Sollten wir aber trotzdem nochmal kurz ins Spiel, die Stadt, den Server nochmal. Gleich im Map gehen wir nochmal kurz ins Spiel rein, damit wir eine Abmoderation machen können. Ja, okay. Verbindung trennen, oder? Äh, ja.